Hallo und herzlich willkommen bei Bauchis Märchenstunde Bauchy auf Sendung, Entschuldigung Aber ich muss einfach mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die mir heute erst passiert ist und die ich sehr bemerkenswert fand und zwar habe ich als eines der letzten Dinge, die ich in meinem Leben noch aufzuräumen habe endlich mal, bin ich mein Projekt Fresse polieren angegangen und bin letzte Woche schon das erste Mal beim Zahnarzt gewesen und habe da schon eine Zahnschleinentfernung und Reinigung gemacht bekommen und heute war der Beginn der ersten Entwurzelungsarbeiten all der Ruinen, die da nicht mehr zu retten sind So, das ist ein offenes Geheimnis, ich bin Panikpatient Die Zahnärzte, mit denen ich bisher zu tun hatte, haben es zweifellos geschafft mein Vertrauen in Zahnärzte, in seinen Grundfesten zu erschüttern nicht mein stolzes Thema aber ich bin das ja jetzt angegangen und habe mich dann getraut bin heute mit einem sehr flauen Gefühl im Magen dann zu diesem Termin aber erstaunlich fest trotzdem und bei weitem nicht so panisch wie ich das aus der Vergangenheit kannte also es ist wirklich mehrfach passiert, dass ich vom Zahnarztstuhl aufgestanden und aus der Praxis gegangen bin ich konnte nicht also wenn ich schon mit der Spritze ankam und zum Betäuben war bei mir alles aus so, irgendwie scheine ich ein bisschen an mir gewachsen zu sein heute war ich sehr stolz auf mich und was ich halt eigentlich wirklich erzählen möchte ist das was mir da passiert ist und zwar hatte ich mir schon vorgenommen mich einfach weg zu beamen also ich kann das halt ich mach die Augen zu und denk mich woanders hin das dauert keine 5 Sekunden dann bin ich woanders wo immer ich sein will vor allen Dingen auch nicht da und hatte der Zahnärztin auch noch gesagt wenn sie mir gleich irgendwas sagen was an mich gerichtet ist dann tippen sie mir bitte auf die Stirn damit ich das mitbekomme weil ansonsten bin ich gerade nicht da und das hat auch wunderbar funktioniert dann hat sie mir die Spritze gesetzt und in der Zwischenzeit mussten wir noch mal ein kleines Foto ein Röntgenfoto machen und währenddessen wo was am Kramen war fragte ich dann so aus dem Bauch raus kennt ihr den Film Little Shop of Horrors also die Ärztin und ihre Gehilfin und beide so ne und wer den Film nicht kennt es gibt da so eine Szene wo Steve Martin als Zahnarzt Bill Murray behandelt der schon sabbernd in diese Praxis rein kommt Bill Murray totaler Masochist und Steve Martin totaler Sadist und der Bill Murray der kommt da schon rein und setzt sich auf den Stuhl stopft sich diese Tampons in die Fresse und kann gar nicht abwachen dass es los geht dann habe ich dir das noch erzählt der Frau konnte es wahrscheinlich nicht viel mit anfangen aber hat mich halt plappern lassen weil es auch gemerkt hat dass ich nervös bin und dann bin ich dann halt eben lag ich dann auf dem Stuhl und es sollte los gehen ich habe dann halt meine drei Atemzüge gemacht und war erstmal gerade am Strand einfach in Kalawakis und dann und dann zog mich aber irgendwas zurück in mein Bewusstsein in den Zahnarztstuhl aber in dem Moment war da nicht der Bauchi in dem Zahnarztstuhl sondern der Typ den der Bill Murray da spielt und auf einmal und das war wie so ein Alter wieso kommst du da erst jetzt drauf ich lag dann da und ich war ja betäubt es tat ja nichts weh Schmerz ist immer noch wieder eine andere Sache aber dieses unangenehme Gefühl dass dir gerade jemand einen Zahn rausreißt und das auch noch also nicht den Zahngreifen rausreißen sondern der Zahn war eigentlich schon weg und es waren nur noch die Wurzeln da und die mussten dann also drei einzelne Stücke da raus gezogen werden und das hat halt ein bisschen gedauert es ist nicht ganz so einfach wie soll ich mal Grip kriegen und so und aber mit diesem unangenehmen Gefühl konnte ich auf einmal tatsächlich halt eben umgehen wie der Typ den der Bill Murray da spielt und lag dann allen Herzens in dem Stuhl und dachte so ja geil ja komm gib mir mehr gib mir mehr das hätte ich mir im Traum nicht das hätte ich mir nicht träumen lassen dass ich zu sowas in der Lage bin so und jetzt weiß ich es folgen noch einige Termine ich habe heute glaube ich einiges gelernt um diese Termine wesentlich besser hinter mich zu bekommen und auch die Zwischenzeiten zwischen den Terminen die halt wann immer du an den Terminen denkst so mit einem mulmigen Gefühl ich denke mal das wird sich jetzt auch ich werde das mal weiter beobachten und bei Interesse auch gerne weiter berichten ähm ja ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben ob ihr ähnliches schon mal erlebt habt das war für mich auf jeden Fall gerade einfach das hat meinen Tag gerettet made my day und ähm ja keine Ahnung vielleicht hat euch ja auch heute irgendwas im Tag gerettet schreibt es in die Kommentare liked teilt den ganzen anderen Blödsinn ja tschüss mit F bleibt gesund hat auch alles mit dem Immunsystem zu tun das auch das hier da ist nämlich da ist mein Immunsystem was das angeht noch nicht so wie es sein könnte das sind aber auch wirklich die extreme gerade mit anderen Sachen wo andere Leute Angst vor haben hab ich überhaupt gar keine Ahnung weil ich weiß dass ich Immun dagegen bin und auch das bekomme ich jetzt in den Griff man darf einfach nicht aufgeben und man hätte Zeit ohne Ende ne tschüss wo ist der blöde Knopf hier wie sie die mich ele ist Bis zum nächsten Mal.